Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Legend. Wir befinden uns mal wieder in der Kriegshammer Schlucht. PvP heißt es. Es steht 0-0 zwischen Hurdo und Allianz. Und ich als kleiner Holzsoße habe wieder die Mission bekommen, die Flagge zu holen, was ich mir auch nicht entgehen lasse. Mal schauen, ob wir diesmal eine Chance haben, wieder als erstes die Flagge zu stibitzen. Wird bestimmt lustig, oder? Wir werden aufgehalten. Wir sind auch überall schon Spieler unterwegs. Oh, 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 oh. Da war ein Troll. Ne, sieht nicht wie gut. Okay, wir sind da. Naja, macht ja nichts. Ist ja noch kein Meister von Himmel umgefallen. Das ist aber der Penner, der mich gerade umgehauen hat. Kaufmann Petsch ist jetzt. Hey! Nice, wir haben den gekillt. Ja, wo ist denn der Bambino mit unserer Flagge? Ist der noch in der Angebnis? Nice! Allianz. Ah, shit. Okay, laufen wir... Nein, wir laufen am besten nicht schonmal zur Hordebase. Oh, Dudu ist da. Sehr gut. Lauf ich schonmal Richtung Hordebase. Verschanz mich da. Oh, 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 oh. Oh, oh. Shit. War wohl nix mit, äh, verstecken in der Hordebase. Aber egal. Noch steht alles offen. Allianz hat noch die Flagge. Okay, wer hat die Flagge, ne? Ich verstehe nicht, wieso die dumme... Achso, ups. Nice. 1-0 für die Allianz. Da ist die Priesterin. Okay, Hordebase hat unsere Flagge, aber egal. Macht nix. Okay. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Holy shit, look up. Okay, wir haben die Flagge. was, ich weiß nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Okay, ich habe doch gesagt, eine Flagge werde ich zurückbringen und die verteidige ich mit meinem Gnomenleben. Die kleine heulende Heulsauce. Neben mir ein Dulu, korrekt finde ich gut, dass er mit mir läuft. Schon mal einen netten Dangan-Bistroid. Finde ich super, ich hoffe jetzt ist kein Schurke in der Nähe. Ich frage mich nur, wo die ganzen Hordler hier abgeblieben sind. Okay, leider kann ein Buff für schneller laufen. Ah, shit. Warte mal, die Pappnase ist genau hier. Ich habe kein Ziel, ich brauche ein Ziel. Scheiße, was ist denn? Egal, wir bleiben am besten hier schon mal in der Ali-Base drin. Können wir auch direkt gleich die Flagge abgeben, wenn uns jetzt keiner killen sollte. Komm, Alter. Holt euch die Ali-Flagge zurück. Ich will hier meine gerne abgeben. Nice. Cool, wir sind doch Level ab. Wir haben die Level 18 erreicht, nicht die Level 20. Das ist Fake. Sehr geil, da war uns noch eine. Und die letzte Flagge hat auch mal wieder die Ali-Jones. Sehr gut. Leute, ich muss aber zugeben, eigentlich bin ich ja ein reiner Horde-Spieler. Aber ich hatte derzeit so Bock mal einen neuen Schar anzufangen. Deshalb habe ich mir hier so einen kleinen Gnom gestellt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ziemlich Spaß hier die zu zocken. Ich bin aus der Reichweite. Da die alte gute Laune macht. Oh, können wir plundern? Yeah, 47 Kupfer. Wen wir doch? 0 der Ja... Wir behalten einen weiteren Kasten. Ich bin Țin in die Frage. Ich habe noch nie popping her. Da wird ich gesperrt höchst. Nein wer war, denn das war das. Establi ″ Studio kennengelernt. Oh no, dein Baby geworden. als wie die alle bearbeitet werden das ist schon mal geil okay dann können wir eigentlich auch wieder hier die flagge um leider hat mein aspekt der gepaarten noch cd drauf nice nochmal glück gehabt scheiße mein pitt ist da ich brauche ein Ziel schreit 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 schreit